Wir gucken, was er sagt. Carsten, Sieh, die Kamera kommt weg. Ja, der Carsten und ich, wir stiefeln hier gerade übers Feld, denn wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem sogenannten Spukhaus, wie der Roland von der Erzählte. Und jetzt kommt das besondere Accessoire noch dazu. Und da und ja, und zwar, als der Stern. Ich kann überhaupt nichts versehen hier! Was ist das? Wer ist Dr. Rolf? Das wäre das Erste, was mich interessiert. Ich dachte, ich habe nur gerade was gesungen. Ach so. Und das Fall, was mich interessieren würde, ist der... Oh, ich bin weg, den muss ich noch mal anmachen. Oh, jetzt kann ich sowas nicht mehr machen. Da ist ja nicht richtig verreinbar, da hängt es schon. Oh, oh nee. Vielleicht kannst du auch nicht mal auf Alkohol schieben. Schrei? Wenn ich so schnell will. Die vierte Lappe kann ich ja eigentlich wieder nach vorne nochmal werden. Na ja. Ja. Passiert das nicht auch, wenn jemand durchgekrankt ist? Also, versuch nur mal auf eins. Oder wir machen halt, dass einer wirklich in der Mitte ist. Das ist einfach, oder? Also wenn einer... Beide wäre auch lustig, ne? Was bei... Wenn einer in der Mitte steht. Ne, dass einer halt dann nicht ganz links, einer ganz rechts, sondern einer versucht dann eben mit seinem Körper... Nicht? Ich weiß nicht, was du meinst. Naja, aber wenn wir beide im Bild sind, dann steht einer halt in der Mitte, um die schlechten Stände da zu verstecken, wo man kein gutes Bild hat. Und du stehst dann zum Beispiel hier. Ne, ist gut. Oh. Ja. Der auch gut oder anderen hat die Hand halten. Wie sie eigentlich sind. Scheißegal. Oder hält bei der Schublade immer so. Boah. Kommen wir auch mal mit nach vorne. Achso. Ja, ja. Tessen können wir das bitte. Dann ausziehen. Ja. Also das wäre jetzt so ziemlich weit vorne. Das wäre sehr vorne, sehr vorne. Das wäre sehr weit vorne. Die Malbuke steht. Ja, alles, alle Scheiße. Das wäre jetzt sehr weit hinten. Ne? Ja. Oh ja. Das ist schon ganz schön krass weit weg. Ja. Vorne wäre das so die Mitte. Ne? Ja. Das wäre die Mitte dann. Wollen wir mal Seiten kaufen? Ja. Ja. Und das wäre jetzt anders herum. Ja. Das wäre anders herum ganz weit hinten. Ne? So. Oh Gott, bin ich hässlich. Hm. Hm. Ja, und so sieht das dann aus, wenn wir gar nicht mehr im Bild sind. Das ist die natürlich für ganz andere. Das ist schon ganz voll. Ich bin total beschützend. Das ist ja meist jung. Ja. Ja, du guck mir. Ich brauche einen Dickmaus da. Habe ich so eine Fresse wie du, dann würde ich lächelnd in die Kreise gelaufen wollen, ne? Ja. Ja. Was gibt es da zu lange, Freunde? So und nicht anders, ja? Der ist jetzt nicht fertig gewesen. Ja. Boah, ich fände das so tief. Ich hätte so gern wieder Hümer. Echt? Ja. Ich hätte traut euch. Schön wieder so eine Hümersteile irgendwo. Überhaupt so dieses ganze Knochen. So dieses Draußen-Sein und... Also das wäre auch nicht geil. Da kannst du einfach so sauer auslassen. Da kannst du rumbrüllen und schlafen und niemandem juckt es. 3, 2, 1... Icke. Biss ich jetzt... Das ist jetzt... Drei, zwei, zwei.. Scheiß! Jetzt? Von den Profis, Ohnex. Ich will nicht mehr sehen, Rolf! Ich will nicht mehr sehen! Wolltest du denn aufgehen auf, oder was? Ja, we are! Die ganzen Bierflaschen von Wolfgang! Wolltest du denn? Nun würde mich mal interessieren, wer ist Dr. Hol und wer ist Dieter Porsche? Ja, das würde mich interessieren. Echt? Ja, das würde mich wirklich interessieren. Gucken wir mal, weil ich schmerzt. Zeig mal, hast du noch? Drei, zwei, eins. Jetzt auch. Menschi! Tune Mischkowski oder sowas. Tune Mischkowski. Tune Mischkowski. Tune Mischkowski. Ich habe noch ein Lexikon und der Arschloch, dass dein Bild aufgebildet ist. Wo der 6er angefangen hat mit der Säge da rumzupannern, obwohl wir am drehen waren, Alter. Barten, du hängst Kuh! Barten, du hängst Kuh! Brescht sich! Barten, du hängst Kuh! Boah! Das macht jetzt die Säge nicht mehr länger mit. Ich wollte die gerade ihn rüberwerfen, so. Ach so, das ist eng. Boah, das war knapp, Alter. Er denkt sich nur auf den Säge. Das sieht bestimmt wieder geil aus in der Kamera. Ich kann nicht auf der Augen der Hintergrund sehen. Ja! Was geht raus? Was kann ich denn? Das ist... Das ist alles so schwierig hier. Die ganze Kotze dazu. Das ist so abartig. Der Carsten markiert sein Gewirr. Ich meine... Das ist ein Schlauchzeug. Ich glaube ich, wie gesagt, von Kampfer vor. Kampfer muss man nicht zu nah ran. Aber auch nicht ein bisschen. Ich weiß nicht, dass es jetzt war. Was ist die Nähe? Was ist die Nähe? Ja, meine Hand, ja. Oh! Ah! Ah! Okay, das soll nicht angehen. Nein! Ich kann ja die Augen zu machen, ne? Ah, ich freu mich! Drei. 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 Zwei. Eins. Ah! Mh! Ah! 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 Ja! Vielleicht noch eine Frequenz von vorne. Wie du noch den Spitzhand fährst. So könnte ich mich behapten. Wie noch eine Aufnahme von vorne. Aber das stimmt ja. Dann kannst du das noch schneiden. Ja! Dann schneide ich das so einmal. So schlimm ist das denn noch wieder nicht. So schlimm ist das denn noch wieder nicht. So schlimm ist das denn noch wieder nicht. Soll ich mich nicht so einschneiden. Fühlst du? Nee. Ich schaue da im Brief. Jetzt nochmal Spritze in die Fresse. Ja, klar. Ja! Ja! Seht man die Schulter? Aber da ist das Geld schon immer wie du verzeigst mit deiner Tester. Ah, so. Eins. Ja! Nee! 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 der wesentlich Fingerplan. Ah, das ist richtig gut. Hahaha Höhöhöhöh 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 Richard Jetzt K whip! Jajajajaj Höhöhöhöhöh Höhöhö Aha eh Ja, kann jetzt kommen. Was singe ich dann? Ich will doch noch spielen. Ja, rein in die Büchse. Ich kann nicht nur die nächste Woche. Drei, zwei, eins. Hör doch, was will ich losfahren? Ich weiß nicht, was klappt. Das ist schon so klappig. Die Künstleronien, sonst sind es für euch. Komm mal. Oh Gott. Ich will ja nur spielen. Die Künstleronien, die Künstleronien. Müssen! Ja. 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 Was macht ihr da? Ein kleinerer. Ja. Wann ist das? Wann ist das? Wann ist das? Das ist so schön, ich weiß. Misch ist das? Oh mein Gott, ich kann nicht so weit stehen, ja? Schade, dass du nicht... Was machst du? 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 Ja, Mensch. Ja, Kevin, ich wusste gar nicht, dass du mal als gerne Nummer bezeichnet wirst. Ja, aber... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, so wäre das schon idealer. Ja, wenn du aufstehst... Was ist das? Scheiße. Eigentlich... Wo ist das? Ich bin jetzt... Ja, ich kann das nicht mehr machen. Drei... Zwei... Eins... Ja! Muss ich wieder putzen hier, ne? Das ist immer zu mir jetzt. Die Schnecke! Oh! Oh! Oh, meine Mendes, nicht selber hier. Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! 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 Oh Gott, man. Jetzt kommen meine Nähmungs drauf. Ich mach einfach ein bisschen in Polen. Nun wird dich, man. Und dann wird dich, man. Und dann wird die Zeit. Ja, stimmt so. Komm, Karsten. Nagel dich ja ans Kreuz. Ich fühl Jesus. Jesus. Jesus wird genagelt. Jesus wird genagelt. In jeder Lage. Bei Tag, bei Nacht. Bei Tag, bei Nacht. Da bin ich wach. Jesus. Jesus wird gefickt. Jesus. Jesus. Was für ein Missgeschick. Jo. Ja, wählen Sie die 2 zu 2, bestellen Sie jetzt hier im Jammer Spar Abo den Song, wie Jesus genagelt wird. Gibt es da noch Jammer? Nee. Okay, 3, 2, 1. Ja, so. Nach dem Koksen, ne. Da wurde es alles schon wieder ein bisschen besser. Und Babi Trude da gemacht hat, ne. Von meinem. Ach nein. Ich geh auf zur Seite. 3, 2, 1. Ja. Ich geh auf zur Seite. So. Jetzt gehen wir. Hahaha. 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 Wir sind. Ja. Ja. Wir sind. Ja. Aber wir sind. Aber wir sind. Lachsam Lachsam Halt sich mal Halt sich mal Halt sich mal Ich hab's nicht gefühlt Ich hab's gerne gebummst Mist Rass kannst Halt sich mal Nein Passt Halt sich aus Naresl Hahahaha Und, wie ist es? In diese Hölzen geknüpft Ja Das kann Aber im Sonnende, wenn ich komm Das ist schon so heiß Komm mal Ja Aber das ist ja ein cooler Rap Ah So, komm, einmal ist das so Unendet, was du hier? Wichting, Elmer hat Abstand Ich kann nicht sagen Ja Ich kann nicht sagen Ja Also genau Ich kann nicht sagen Ich kann nicht sagen Ich kann nicht Ich kann nicht sagen Ja Machen wir gehen Auch nicht heiß Machen wir gehen Machen wir gehen, ihr habt euch ja nicht so Ja, das ist ja Bähne Da Kommen wir ein Hahahaha Kommen wir Ja 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 Viel besser jetzt Kommen Nein Ich bin A A A A A A A A A Vielen Dank.